MAKKAM KNO! Grüß euch Leute! Sehr bekannter Plattstag. Irgendwie erinnert mich das an was, aber egal jetzt. Ich möchte euch heute ein Produkt vorstellen. Ich muss euch aber vorher sagen, das Produkt ist frei erfunden. Es ist keine Anspielung auf irgendeine Firma oder irgendwas. Vergesst das alles. Es haben mir nur viele Leute geschrieben. Ich kann so gut verkaufen und Verkaufsgespräche führen. Jetzt möchte ich das einmal probieren. Ab bitte bei den Kommentaren. Schimpfen wir nichts über andere Firmen. Es hat uns keiner was getan. Lassen wir es in Ruhe. Ich mache nur mein Video. Jetzt komme ich zum Vorstellen. Was soll euch vorstellen? Ein sensationelles Produkt habe ich erfunden. Ihr braucht es. Ihr braucht es, Leute. Es ist ein Sneige Marker Gears Kaudl XR355DG. Braucht man. Habe ich erfunden. Ist einfach top. Glaubst mir das? Ihr kauft das. Euch allein ist in Ordnung. Gears Kaudl. Super modern. Kann man ein Glas trinken davon. Wirkt gut. Bisschen bäuerlich. Bisschen naturverbunden. Weißt genau. Was kann das Produkt? Wenn ihr das trinkt. Ihr habt Glücksgefühle im Mund. Ihr glaubt, Disneyland ist in euch drinnen. Die Ochterbahn fahren bei euch rezent hin und her. Ich schwere es euch. Du tust 200 Kilo. Bist ein bisschen stärker. Wenn du willst. Nächste Woche 25 Kilo. Kein Problem. Kein Problem. Bist zufällig ein Schwarzer. Ein Schluck. Das macht einen Weißen aus dir. Du bist ein Weißer. Glaub mir das. Was willst du noch wissen? Wie ich schon gesagt. Die Haare sind zu lang. Aber ist bei mir auch so. Trinke einen Schluck. Es schneidet dir die Haare. Es schneidet dir die Haare. Ist bei mir Zeit. Ich weiß. Wurscht. Du bist vielleicht zufällig 80 Jahre alt. Mit 80 Jahren Facebook. Respekt. Wirst wieder jung sein. Du trinkst. Heut auf die Nacht. Checkst du in der Disco. Du lässt die Fetzen fliehen. Du kennst gar nichts. Du kannst nicht schwangerschweren. Es macht dir ein Baby. Es liebt dich. Dieses Gears Kaudl XR 355DG liebt dich. Du bist nie mehr allein. Dein Auto fährt mit dem Schneller. Zum Danken schon kriegt. Wahnsinn. Brauchst du. Du wolltest Astronaut werden als kleiner. Es flirbt mit dir ins Wörter. Es macht alles für dich. Wahnsinn. Du bist vielleicht ein bisschen ein Vatertyp. Du hast nicht viel zum Auffangen. Spießig. Du kannst mit dem durchdrehen wie ein Wagner Marco. Du kannst doch so viel davon kosten ins Bett reinspringen. Du brauchst das. Okay. Da ist mein Wagner Marco los. Zauber kaufst du das Gears Kaudl. Ich sündige das Gears Kaudl. Ich stehe dir das Gears Kürl. Wen sch spurten. Du kannst nicht großartig sein. Vielen Dank.